willkommen zu nirgendomspielt ich bin noch mit meiner prospektor unterwegs da ich die aber nur eine zeit lang leihen kann und ich die demnächst abgeben muss möchte ich jetzt vom mining erst mal auf salvage umsteigen ich habe durch die letzte mining aktion genug credits bekommen um mir eine vulture leisten zu dürfen von daher bin ich jetzt auf dem weg nach hörsten und dort in law will müsste es irgendwo ein geschäftchen geben wo ich mir eine vulture kaufen kann möchte das geld nicht investieren zum leihen sondern möchte schon kaufen und hoffen dass die auch im nächsten update vorhanden bleibt wenn ich nicht so als wäre das jetzt echtes geld so counter pulldown läuft noch na klasse das hat irgendwie nicht funktioniert jetzt einmal um den planeten um sieht so aus als müsste ich wieder auf der dunklen seite landen aber auch das wird wahrscheinlich funktionieren mittlerweile habe ich ein bisschen mehr erfahrung ja ja doch doch okay So. Das sieht im Dunkeln sehr dunkel aus. Ruhig noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Der Raumhafen war. Irgendwo in der Mitte, oder? So. Da ist der Raumhafen. Dieses große, blau eingerahmte. Was auch immer. Ja. Erstmal Schub wegnehmen. Das schon mal richtig einstellen. Dann mal anfragen, wo wir landen können. Da ist er. Okay. 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 Dann hat sich ein Glückwunsch. Ist dann relativ kleiner. Okay. 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 Da steht es nochmal. Tschüssi. Aber das ist definitiv ein Schiff, was ich mir wiederholen werde. Gibt es hier auch irgendwo einen Aufzug. Bueno. Okay. Let's open. Okay. Okay. da bin ich offensichtlich falsch hier auch die falsche richtung gelaufen hier geht es raus ja das sieht besser aus dann geht es hier in den raumhafen das ist die falsche richtung hier kann ich nur witte du hängers alle witte hängers da kann ich schiffe mir leihen das will ich aber nicht so da kann ich mir schiffe abrufen hirsten mass transit viel anders aufgebaut ist es nicht wie sonst metro center dann schauen wir uns mal hier 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 ein wenig anders aussehen. Es wird langsam morgen, dann schauen wir uns erst mal ein bisschen hier auf Lobel um. Ja, sehr industriell, mit einer großen Statue. Aber ich glaube, der Raumschiffhändler müsste am Raumhafen sein. Wir fahren jetzt einfach mal mit der Bahn weiter. Hm, fährt wieder zurück. Sieht sehr cyberpunkig aus. Okay. 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 Da sind wir wieder. Da ist der Exit. So. To Metro Center. Ich habe jetzt noch mal geguckt, der muss hier irgendwo sein. Dann gucken wir mal, ob wir einen finden. Zoll. Noch mehr Zoll. So. Das ist Hauptterminal. New Deal? New Deal? ich glaube bei uns hat an der tür geklingelt da ist noch Prospekte die will ich aber nicht so kann ich hier auch irgendwo schiffe kaufen einsteigen Prospektor ich will eine Vulture da steht auch noch ein bisschen was viele große schiffe das ist nur Licht offensichtlich sollte man da steht sales representative ja 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 da da steht einer davor ist da tatsächlich nur das eine Terminal es wäre erschreckend wenn es da nur das eine gäbe ist ja 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 das ist eine Prospektor die will ich aber nicht jetzt das ist ja 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 Vielen Dank. Also irgendwie bin ich arg verwundert. Ich kann hier die Schiffe direkt kaufen, aber da ist keine Rollcher dabei. Eine Prospector. Oder bin ich einfach blind? Mustang Beta. Constellation Phoenix. Hammerhead. Die groß ist. Ich bin verwirrt. Gut, wir haben uns jetzt ein bisschen was von dem Raumhafen angeschaut. Wir haben uns ein bisschen was von den Schiffen angeschaut, die hier rumstehen. Es war nichts dabei, was wir wollten. Ich bin da schon drin. Jetzt. Ah. Ah. DiceTuber Specter. Reliant Core. DiceTuber Specter. Mantis. CrayCat. Harold. Harold. Die haben tatsächlich hier relativ viel. Da ist er. jawohl so als habe ich natürlich fast kein geld mehr deshalb muss das mit dem selbechen funktionieren und das schauen wir uns beim nächsten mal an